Heinz Hönig, der als König von St. Pauli, bekannte Schauspieler, durchlebt eine äußerst schwierige Zeit in seinem Leben. Seine Frau Annika Kersten Hönig drückte ihre Depression und ihren Schmerz aus, nachdem sie schlechte Nachrichten über die Operation ihres Mannes erhalten hatte. Der Zustand von Hönig, der in einer Klinik in Berlin wie ein Löwe um sein Leben kämpft, hat sich verschlechtert. Hönigs erste Operation zur Entfernung seiner Speiseröhre war erfolgreich, doch sein Gesundheitszustand verbesserte sich nicht wie erwartet. Dr. Dr. Christoph Specht hat davor gewarnt, dass es bei Operationen zu gefährlichen Komplikationen kommen kann, darunter das Risiko des Todes oder einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns. Die zweite Operation, die lebenswichtig und lebensbedrohlich war, wurde verschoben, wodurch sich Hönigs Zustand verschlimmerte. Heinz schneidet derzeit wieder schlechter ab, sagte Annika Kersten Hönig. Dies verstärkte die Angst und Trauer der Familie zusätzlich. Derzeit ist unklar, wie es genau mit dem Gesundheitszustand von Heinz Hönig weitergeht. Annika kündigte an, dass sie später heute weitere Kommentare zu der Angelegenheit abgeben werde. Der Zustand von Herrn Hönig hat allen Sorgen bereitet und alle freuen sich auf gute Nachrichten über seine Genesung. In dieser schwierigen Zeit war für Heinz Hönig und seine Frau die Unterstützung und Liebe von Familie und Freunden äußerst wichtig. Alle hoffen, dass er diese gefährliche Zeit übersteht und bald wieder gesund wird. Heinz Hönig mit einer glänzenden Schauspielkarriere und dem Spitznamen König von St. Pauli erlebt seine dunkelsten Tage, da er mit schweren Komplikationen aufgrund einer Operation konfrontiert ist. Sein Zustand wurde komplizierter und gefährlicher, als die zweite Operation, die sehr wichtig war und eine große Arterie betraf, verschoben wurde. Annika Kersten Hönig, die Frau von Heinz, konnte ihre Sorge und ihren Schmerz nicht verbergen, als sie zusah, wie ihr Mann sich diesen harten Herausforderungen stellte. Während Heinz jeden Moment um sein Leben kämpft, sagte Annika, Heinz benimmt sich im Moment schon wieder schlechter. Diese Weitergabe erhöht die Besorgnis über seinen Gesundheitszustand weiter. Dr. Dr. Christoph Specht warnte offen vor den Risiken, denen Heinz Hönig während der Behandlung ausgesetzt war. Der Patient könnte auf dem Tisch liegen, also während der Operation sterben. Oder es könnte eine Komplikation auftreten, das Gehirn könnte zu wenig Sauerstoff erhalten. Diese Warnungen trübten nicht nur Hönigs Familie, sondern machten auch seinen Fans Sorgen. Neue Komplikationen haben Hönigs Zustand schwieriger denn je gemacht. Das medizinische Team versucht immer noch, die auftretenden Probleme zu verstehen und zu lösen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Über die konkreten Entwicklungen dieser Komplikationen liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor. Annika hat versprochen, später heute weitere Informationen und Kommentare zum Zustand ihres Mannes zu geben. Unterdessen beten Hönigs Fans und Freunde gemeinsam für seine Genesung. Die Unterstützung von Familie, Freunden und Fans ist für Heinz Hönigs in dieser Zeit eine große Quelle der Ermutigung. Heinz Hönigs Kampf gegen die Krankheit war nicht nur eine medizinische, sondern auch eine große mentale Herausforderung. Er hat einen belastbaren Kampfgeist bewiesen und angesichts von Schwierigkeiten nicht aufgegeben. Alle hoffen, dass Heinz Hönig mit der Unterstützung des Ärzteteams und der Liebe seiner Familie diese Krise bald überwinden und in ein normales Leben zurückkehren kann. Während wir auf positive Nachrichten von Annika warten, ist die Anteilnahme und der Austausch aus der Community ein großer Trost für die Familie Hönig. Sowohl Annika als auch Heinz brauchen dringend die Unterstützung und Gebete aller, um diese schwierige Zeit zu überstehen. In diesen schwierigen Zeiten werden Geschichten über die Solidarität und das Mitgefühl der Gemeinschaft äußerst wichtig. Fans und Freunde von Heinz Hönig versammelten sich und sandten ihm und seiner Familie Gebete sowie Wünsche für Gesundheit und Liebe. Diese emotionale Unterstützung half Heinz, nicht nur die dunklen Tage zu überwinden, sondern zeigte auch, wie wichtig Solidarität und Freundlichkeit in der Gesellschaft sind. Während man auf Informationen über Annikas aktuellen Gesundheitszustand wartet, vergisst man nicht, die Verdienste und Leistungen von Heinz Hönig in der Schauspielkunst zu würdigen. Mit seinen beeindruckenden Rollen und seiner reichen Karriere hat er einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen. Die Liebe und Dankbarkeit aller gilt in dieser Zeit Heinz und seiner Familie. Emotionen, Glaube und Hoffnung sind Dinge, die Menschen miteinander teilen. Und mit Solidarität hoffen sie, alle Schwierigkeiten zu überwinden und das Licht am Ende des Weges zu entdecken. In der Zwischenzeit werden Annika und ihre Familie immer herzlich und dankbar für die Unterstützung und Zuneigung aller sein. In diesen dunklen Tagen ist jede positive Nachricht über den Gesundheitszustand von Heinz Hönig eine Quelle großer Ermutigung für seine Familie und seine Fans. Jeder vertraut dem medizinischen Team und der Willenskraft und dem Kampfgeist von Heinz, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Sowohl Annika als auch Heinz spürten die Fürsorge und Unterstützung aller, was auf ihrer herausfordernden Reise eine große Ermutigung war. In diesen Momenten ist jedes Gebet, jedes Wort des Teilens und jede kleine Aktion der Gemeinschaft Teil des Mitgefühls und des gemeinsamen Geistes aller. Alle freuen sich auf positive Nachrichten und hoffen, dass Heinz alle Schwierigkeiten überwinden und mit der Wärme der Familie und der Liebe aller um ihn herum in ein normales Leben zurückkehren wird. Vor allem aber gilt die Liebe und Hoffnung aller für Heinz Hönig, der durch seine Kunst tiefe Spuren in den Herzen aller hinterlassen hat. Sicherlich ertrug Annika Kersten Hönig eine Menge Schmerz und Trauer, als sie mit ansehen musste, wie ihr Mann sich den Gefahren und Herausforderungen des Lebens stellte. Angst, Furcht und Unsicherheit waren definitiv unvermeidliche Gefühle in ihrem Kopf und Herzen. Annika hoffte durchaus auf den Erfolg der Operation und auf die Genesung von Heinz. Doch unerwartete Neuigkeiten und unvorhergesehene Komplikationen machten die Situation noch komplizierter und herzzerreißender. Schwäche und Hoffnungslosigkeit könnten ihre Stimmung beherrscht haben, als sie sich der schwierigen Wahrheit über den Gesundheitszustand ihres Mannes stellen musste. In Zeiten wie diesen ist die Unterstützung und Ermutigung von Familie, Freunden und der Gemeinschaft das Wichtigste, um Annika bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen. Durch den Austausch und das Mitgefühl kann sie bei den Menschen um sie herum Trost und Kraft finden, die ihr helfen, diese dunklen Tage zu überstehen. Auch Annika kann Heinz in dieser schwierigen Zeit eine große Ermutigung sein. Ihre Liebe und Seite können eine starke Motivation sein, ihrem Mann zu helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden und seine Gesundheit wiederherzustellen. Annika wird auf jeden Fall eine starke und geduldige Ehefrau sein, die bereit ist, Heinz bei jeder Herausforderung zur Seite zu stehen. Annika Kersten Hönigs Offenbarung über die enormen Kosten der Operation und die schlechte finanzielle Situation der Familie waren ein besorgniserregender Teil ihrer Reise. Der Bedarf an so viel Geld stellte nicht nur eine finanzielle Belastung für die Familie dar, sondern stellte sie während der Behandlung von Heinz auch vor eine zusätzliche Herausforderung. Die Wahrheit ist, dass es sehr herzzerreißend ist, wenn die ganze Familie in einer Finanzkrise steckt und nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Dass er nicht genug Geld hatte, um die Operation zu bezahlen, die er brauchte, beeinträchtigte nicht nur seine Gesundheit, sondern führte auch zu einer stressigen und ängstlichen Situation in der Familie. In solch schwierigen Zeiten können jedoch Solidarität und Unterstützung aus der Gemeinschaft ein Lichtblick sein. Familien können Hilfe von Verwandten, Freunden und sogar Fremden erhalten. Auch Spendenaktionen und Wohltätigkeitsaktivitäten können dazu beitragen, Familien finanziell zu entlasten. Anika und ihre Familie fühlen sich vielleicht unsicher und besorgt über ihre aktuelle finanzielle Situation. Aber Hoffnung und Glaube an die Kraft der Gemeinschaft können eine große Quelle der Ermutigung sein. Sie können sich sicherer fühlen, wenn sie wissen, dass sie in diesem Kampf nicht allein sind und dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihnen zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen, egal was passiert. Die Disziplin, ich sage den Schülern, dass sie zuhören sollen und so weiter. Aber wenn man jetzt mal auf kognitive Aktivierung schaut, ich gebe Schülern Aufgaben, wo sie kritisch übernachten müssen, da sieht man schon, das ist unter 60 Prozent, meine Schüler arbeiten in kleinen Gruppen, das ist 50 Prozent. Ich gebe Schülern komplexere Aufgaben, die vielleicht mehr Zeit und Raum erfordern, das sind wir schon unter 50 Prozent. Ich gebe den Schülern Aufgaben, für die es nicht eine einfache Lösung gibt. Da sind wir bei knapp über 30 Prozent und ich gebe Schülern Projektaufgaben, wo sie mehr als eine Woche dran arbeiten müssen. Und da sind wir unter 30 Prozent. Und in dieser Corona-Zeit sind das die Kernaufgaben, an denen Schülern heute arbeiten müssen. Also ich glaube, was uns diese Corona-Krise zeigt, ist, dass bei den pädagogischen Konzepten eine große Diskrepanz besteht zwischen dem, was heute erfordert wird und was in den Klassenzimmern passiert. Und diese Daten sind relativ kohärent. Da kann man jetzt einzelne Länder sehen, Dänemark, Schweden, Finnland, wo die Balken im unteren Ende sehr viel länger sind. In Deutschland sind sie etwas kürzer als hier vorgegeben. Aber ich glaube, insgesamt ist dort noch sehr viel zu tun. Wenn man jetzt mal auf die Schuleröffnung schaut, nur etwa ein Viertel der Länder erwartet irgendwo, dass man wieder zurückgeht zu dem, was vorher war. Wir sehen hier zum Beispiel, in vielen Staaten können die Schulen nicht 100 Prozent belegt werden. Da muss man dann unterscheiden, wer hat jetzt Präsenzunterricht, wer hat Online-Unterricht. Und gerade das hybride Lernen wird zur Norm. Das ist in der Vergangenheit die Ausnahme gewesen. Und die meisten Staaten sehen das langfristig als große Chance, um Lernen auch im Grunde differenzierter, individualisierter zu gestalten, auch im Grunde adaptiver. Aber das stellt natürlich Schulen vor enorme Herausforderungen. Die meisten Lehrkräfte sagen ihnen, okay, ich kann die Schüler im Klassenzimmer unterrichten und ich kann die Schüler online unterrichten. Aber beides sinnvoll zu integrieren, nicht in irgendwo Parallelwelten zu schaffen, das wird sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann sagt, okay, ich gebe jetzt Priorität, Schülern aus sozial benachrichtigten Schichten in der Klasse Präsenz zu sein. Und wenn man also da differenzieren will, wie man Online und On-Site-Learning kombiniert, das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung, wo noch viele an Konzepten arbeiten. Aber Singapur war das erste Land, nach wenigen Wochen Lockdown.